Nee. Frag einfach nicht. Den Takt getroffen, wie man es von mir kennt. Als ob ich mich in jeder scheiß Voicemail verletze. Kann ich auch live machen. Das ist die hochwertigste Voicemail von allen. Ich verletze mich wirklich in jeder scheiß Voicemail. Warum hast du dich verletzt? Da bin ich gleich vom Spiel gefallen. Like even. Du machst den typischen even, weil du dich verbringst. Als ob da ein Leben war. Das kann ich aber auch live. Wie die Voicemail einfach gepasst hat. Als ob ich gerade in der Luft gesprungen bin. Ich bin mit dem Rücken ins Ziel. Schreie. Ach. Schreie. Nee. Nee, irgendwie war das jetzt irgendwie. Nee! Nee. Nee. Du bist wirklich der Meinung. Nee, das ist keine Voice mehr für ein Video. Muss jetzt auf das Bruder. Drops an dich! Ja, musst du, nicht. Das ist ein Bonus. Ja, wo muss der jetzt hin? In die linke Röhre. Links. Was sind die jetzt hier, ja? Was sind die hier? Nee! Okay, ich geh einfach mal rein. Kannst du bitte schneller machen, Vorschütz, das wäre super von dir. Drops an dich! Wir sind auch einfach nur dumm. Random Kyle Product Placement. Nee, nee, nee. Nein. Nein, hast du noch gesagt. Das war vor, das fang gar nicht krank. Oh, WCF! Wir haben auch gerade nichts Besseres zu tun als... Oh, mein Vater! Wir haben auch gerade nichts Besseres zu tun als Voice-Mats von uns senden, oder? Das war genau die nächste. Weiß du... Oh, nein! Äh? Alter, bläß. Alter, bläß. Alter, bläß. Alter, bläb. Alter, bläß. Alter, bläß. Alle halten uns für behindert. Ja! Das war jetzt die Flospinung von meiner Oma. Hast du voll gerne die Tür, das ist von meiner Oma. Meine Kürze, wieso? Okay, sorry, was war das jetzt? Dein Kopf ist gar nicht. Das fand ich creepy. Wieso schicken wir uns sowas hin und her? Bald releasen wir ein Klingelton-Pack mit 100 Sorgen der Voice. Ja, genau. Ich bin dumm. Ich wollte... Nein, das wollte ich nicht mal. Nicht du, Wendy, sondern Wendy hat dich. Das war zu viel Behinderung. Was? Das war zu viel Behinderung. Achso. Ich habe verstanden, das war Zurück-Erinnerung. Hilfe! Hilfe! Geolagage! Oh, WCF, du... Nein! Ich sterb gleich. Scheiße. Was zur Hölle? Oh, WCF! Die Zuschauer werden sich auch nur so denken. Du dummes Stück Soja-Wilch! WCF! Wer von uns hat eigentlich mehrbehinderter Voice-Mails in seiner Liste? Äh, weiß ich nicht. Ich habe so... Fünfte... Ja, du. Ich habe dir letztens einfach 63 geklickt. Ich weiß. Das war ein schönes Gefühl. Dafür habe ich dich gehasst. Ja, vor allen Dingen, weil du für jede einzelne Memo eine einzelne Mitteilung gekriegt hast. Ja, und da hast du dich und Maxim vor allem im Channel lustig gemacht für mich. Im TS-Channel. Ja, und dann bist du in den TS-Channel gegangen und dann wollte ich zur Memo abspielen und dann warst du schon wieder weg. Ja. Das hat mich in dem Moment sehr traurig gemacht. Geil. Boah! Boah! Das war knapp! Boah! Ja Englisch ,'Wie so tun wir das hier?" GRUH IG GUT MAS ! Als ob das Mario". Was sieht ein schlecht aus oder nicht? work Ja genau clickbaiting Bestimmt Roter Stuhl Toter, du bist dran Du musst drücken Du musst drücken So, abgedrückt Ich hoffe das ist richtig Ist eine Röhre der Formel falsch oder was? Ja Und? Ich liebe mein Leben Als ob da ein Melee Spiel gespottet Oh nein jetzt bekommst du das Ich muss dran vorbei sogar Okay Im dritten in der mittleren Reihe Sind sie Münzen Das weiß ich Jetzt bist du wieder in Item Roulette Oder was? Drück jetzt einfach A Ja 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 Ich glaube das ist oben Und 20 Münzen Ich glaube die ist Okay gut Bekommst du nicht die Preise oder nur ich Oder auch ich Ich bekomme dich alleine Ich habe auch mit geholfen Nein Ne Seht es sich jetzt gar nicht ein So Die Gigantenwelt Ich liebe sie Mit riesigen Team Tierwelten So wie am Nein Oha Outing hier Nein das war nicht Spaß Ne Nachmacher Das habe ich erfunden Outing mit einem Video Outing mit einem Video oder was? Okay gut Maxim ist übrigens der Einzige der den Team Tierwelten Insider kennt Und das wird auch der Einzige bleiben der den kennt Alles klar Es ist eines der komplexesten Wortspiele auf diesem Planeten Es hat sogar das Gehirn von Uri Geller überschritten Ja Bestimmt Boah Das war knapp That was really close Young Padawan QTF wieso Ich bin schon ein bisschen älter ich brauche ein bisschen Die Behinderung ist jetzt wieder ein bisschen wieder runter gegangen Das war gutes Deutsch Halt einfach deine Fresse Halt einfach Halt einfach Du wirst so dämlich Ich habe auch irgendwann mal eine Voicemail ganz 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 früher von deiner Lache gemacht Und die in Outer City getan Und auf eine Minute dreißig geloopt Jetzt habe ich irgendwo in meinem Ordner eine Lache rumhängen Die geht einfach Die kann ich irgendwann mal benutzen oder hochladen oder so Das klingt als Wecker Würde die sich glaube ich perfekt eignen D Genau es war auch A B C D E F G Okay Was macht eigentlich so eine kleine Pianja an so einer großen Röhre Keine Ahnung Und der Stern ist weg Der Stern ist weg Hat sich anmelig verlassen Eieieieieiei Woow Außerdem ist der Stern immer noch unten rechts in deinem Inventar Den Stern meinte ich gar nicht Sondern den am Himmel Den von Jonsch Ich bin D F Jonschs Stern ist doch diese Hexi Roxy da Musst du in der Beschreibung verlinken Ja definitiv Musst alles in der Beschreibung verlinken Das war keine Absicht Das war keine Absicht Das war keine Absicht Bring dich bitte um Ey Pisser Es ist immer eins Ey das ist jetzt Das ziehe ich jetzt gar nicht ein Ey Daaa Bring dich bitte um Oh bitte Lass mich da durch Nein Benner stoppst du Ey Haha Ich hab das Spiel früher öfter gespielt Dieses Battles Spiel Als ob mir das jetzt Achso Ok Ich hätte gelacht Wirklich Man das ist mein Haus Ich hab das Gefühl Neeeee Lass dich auch nicht ein Lass dich auch nicht ein Bitte gib mir einen Pilz Toad Jetzt wäre das Bock an dir Kannst du das jetzt mal öffnen? Hhhhhh 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 Oh WTF Alter Ne Irgendwie war das jetzt Irgendwie nicht Hhhhhh Was? Wie hab ich den mitgekriegt? Ich weiß es nicht Hhhhhh Ach aber den dann nicht Hhhhhh Alles klar Hhhhhh Oh das ist ein richtig ekelhafter Level Zubidur Boah Ne 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 Oh manu Hhhhhh Ich hab grad Omanu verstanden Hhhhhh Vor allen Dingen Warum soll ich ekelhaft sein? Seit wann heiß ich Amelie? Hhhhhh Wusste ich nichts von Wusste ich nichts von Hhhhhh Ach die bewegen sich Können die sich mal entspannen? Hhhhhh 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 spiel ja weil der sieger ist dann immer dran und weißt auch warum ich es einfach ein monat hallo das sehe ich kann ich nicht ein trickspiel stirbt bitte einfach dankeschön jetzt sei hier mal nicht rassistisch gegenüber spielen also irgendwo geht es auch zu weit okay als ob schon wieder der gleiche misst das war halt auch gerade gar nicht knapp oder so egal jolo der teamspeak channel heißt übrigens auch die im tierwelten sind super ich weiß nicht warum wie habe ich den kuperer gerade gewahr heute auch gerade fragen weißt du was ist mir egal ob ich dabei jetzt sterbe ist mir nicht egal da hat überlebt langweiler ehrlich gesagt hätte ich das wenig spielen wollen weil es kacke ist ich habe gerade gesagt seien nicht rassistisch gegenüber level du hast gegen spielen über level hat nichts gesagt also nicht rum besser jetzt muss ich einstatt sind auskampf hier machen ist der boss kann vor allem weißt du was es ist das sehe ich gar nicht ein übelster endboss jetzt stirb ich will euch dann dafür das war klar mann ich hab keine items meine meinung dazu ist äh ich hasse dich als ob du jetzt ne Mäuschen von mir abgespielt hast wo ich rülpse das war ich gerade hallo ach echt ups das hat der Angriff wie ich also hässlich halt die Fresse halt einfach deine Fresse sei still du Pizza Pizza der Pizza Marc oha jetzt hör auf mich so zu beleidigen ja also da werde ich wirklich traurig ganz ganz traurig werde ich dann so traurig wie wenn Amalie die Beziehung beendet oha nein ich bin nur traurig weil sie mich nicht liebt aber dafür liebte ich michelle ok heute doch nicht ne ne boah alter ok sorry was zur Hölle alter ich trink meinen Schluck boah die unprofessionelle trink einfach in der Aufnahme eigentlich müsste ich dich jetzt zum lachen bringen nein so jetzt mach ich mal ernst blume also du machst jetzt also voll ernst mann ohr fast richtig auch nur fast du hast nur noch ein Leben ne ja ich weiß ich habe ich habe eh keine leider geschafft bis auf das eine da bringt mir ein sterbenwasser keine ahnung einfach rein vor allem an dem Level müssen wir einfach gar nicht mehr richtig vorbei wieso ist hier unter wasser hintergrund wenn ja ach ok ok ich dachte gerade das ist der miese lucky to level der ist nervig nein gib mir ein pitch das war intelligent mann ich neee wie hast du denn das jetzt geschafft ich weiß es nicht als ob als ob ob bitte spiel wieso tust du mir das an weil es so ist weil Amelie ist so dann ist das jetzt meins hier ich will das jetzt einmal schaffen in meinem let's play das alles hier ist meins ich habe das glaube ich in meinem let's play geschafft ich wusste mal wie das ging scheiße passt richtig das ist wirklich die Chance so gut wie ne ja ha gegeben da schwimmt der kopfüber runter mach das spaß lucky tore gegeben guä okay WTF sch eigentlich hab den mich auf den Spiney erwischt. Ansonsten war das echt gut. Bis auf dem ich den falschen erwischt hab. BÄM! Voll was zum Ableiben. Da 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 da. Warum? Warum? Ich hab nichts anders gemacht. Ich hab nichts anders gemacht. Bei Amelie, die ihre Amelies sucht. Amelie sucht ihre Amelies. Das habe ich halt gelabert. Ich weiß es nicht. Ne, ne, sehe ich nicht ein. Ich sterbe doch hier eh wieder. Und zwar ein Gegner 1. Und zwar jetzt. Denn 3, 2, 1. Das war aber nicht Gegner 1. Der Cheap Cheaper Gegner 1. Das ist ganz theoretisch. Halt nicht, will ich haben. Die hast du gut benutzt. Das wird heute nichts mehr, oder? Gib her. Du musst dich einfach dran stellen und einmal den Rennknopf drücken. Wie schwer ist das nicht? So, jetzt das hier. Bäm. Das wäre lustig gewesen, wenn du den nicht gekriegt hättest. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Da ist übrigens ein Stern in dem Block, glaube ich. Ich weiß, ich habe das ja so vorhin schon mal gespielt. Ja, stimmt. Der hat mir flüht in Gang, wie vorhin auch. Wie hast du das denn jetzt hingekriegt? Als ob, Mann! Den einen erledigt, den anderen getot. Getot. Den anderen getot. Ey, gibt es nicht einen Titel von Young Dooms LP, der so geht? Ich habe ihn getot. Ich glaube, der Titel ging so. Ja, kann sein. One Up. Das ist da nicht, wusste ich. Das ist unten rechts wahrscheinlich. Stern. Stern! Okay, gut. Feuerblume! Das ist eine Eisblume. Feuerblume. 20 Münzen. Heizio-Klappe. Stern. Sleft. Kannst du mir bitte das Pilzhaus da unten lassen? Das wäre wirklich nett von dir. Okay. Oh, er ist so süß. Okay, WTF. Oh, was? Scheiße. Ja. Ey, das sah fast wie ein TAS aus. Von der Geschwindigkeit her. Movement. Zack, zack. Bam, fertig. Ja. So, ich schaffe es vielleicht doch eh nicht. Nee. Mann, ich... Oh, ich hatte Angst, dass ich getroffen wäre, dass ich in der Luft so ein bisschen abgebremst. Und dann bin ich in die Ränge gerannt. Wie war das? Du stirbst an Gegner 1. Das war Gegner 2, nicht vergessen. Ach ja. Da war was. Eine Chance hast du doch, um das Pilzhaus zu ergattern. Oh, Gott. Ich habe ihn schon über mir gespürt. Auch in der drin, okay, nein. Nee, ich war dann in... Oh, das Let's Play ist mega ew. Mega ew. Nein. Weißt du was? YOLO. Wieso hat er... Da! Wieso hat er geleuchtet? Der ist zielsuchtend. Der wechselt einmal die Richtung. Achso. Das kennt man aus NSMBW zum Beispiel. Ja, voll von da geklaut. Ich wäre jetzt nochmal drüber gesprungen, ich hätte so gelacht. Zwei Pilz hast du schon mal. Fehlen noch einer. Fehlen noch einer, genau. Fehlen noch einer, okay. Oh, okay. Okay. Ja, ganz okay.